Musik Jo, ich sag mal, so lässt sich das aushalten. Massage ist ja nun mal auch was für die Damen. Haben Sie denn auch spezielle Programme für den Herren? Wir haben für die Herren eine ganz spezielle Seite. Das nennt sich Gentlemen Deluxe, wäre eine ganz klassische Gesichtsbehandlung oder auch eine Maniküre oder Pediküre für den Herren. Und für die Kinder haben wir eine Pfirsichtraummassage, eine Dreamgirls-Behandlung, wo sie geschminkt werden, eine Fantasiemassage. Das klingt gut. Dann kann ich ja auch mal mit meinen Kindern hierher kommen. Aber sagen Sie mal, was mach denn ich dann in der Zeit? Na, Sie können zum Beispiel die Sauna benutzen. Da haben wir zwei Stück von, die 75 Grad Sauna und die 95 Grad Sauna. Eine Runde schwimmen gehen oder ganz entspannt im Whirlpool liegen. Oder vielleicht eine Gesichtsmassage, um das Gesicht zu entspannen. Eine Maske. Und jetzt die Hotstorm-Behandlung. Ich bin gespannt. Die bleiben so ungefähr fünf Minuten bis zehn Minuten drauf, damit sich die Muskulatur noch so ein bisschen nach entspannen kann. So, Herr Skippy. Ich hoffe, Sie haben sich entspannt. Und wie. Ich fühle mich wie neu geboren. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Und es war bestimmt nicht mein letzter hier im Wellnessbereich. Dankeschön. Danke schön. G Georgia